Ja hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 29.09.2021. Damit nehmen wir uns dem September-Verfall, dem statistisch durchaus schlechtesten Monat in der Regel im DAX. Und nachdem wir gestern schon unsere kleine Mietekatze abfliegen lassen hatten, sind jetzt hier die Härchen hinterher geflogen und haben gut was durchgezogen im DAX. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass von der Erholung her es gar nicht so unüblich wäre, wenn dort jetzt noch eine weitere Abwärtsbewegung runterkommt, dass die aber durchaus eher im Bereich um 480-460. Das war der Bereich, wo ich so gesagt hatte, also von dort könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er dort wieder hochdreht, sprich, wenn er dort auf grüne Stundenkerzen auftritt, dass man dann Long probieren kann. Oben möchte ich behaupten, hatten wir, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe es jetzt nicht nochmal angehört, aber wenn ich so den gestrigen Tag sehe, haben wir bestimmt gesagt, alles was über 6.30 geht, alles was über 6.70 geht, das ist dann Long. Das ist Long Richtung nochmal 7.10 und 7.50. Das kam aber nicht. Er ist ja nicht drüber gegangen. Das heißt, wenn man hier von Minute 1 geschaut hat und geguckt hat, ist er über 6.30 oder drückt er nach unten die Flagge auf bis 480-460 war eher letzteres der Fall. So, an der 480-460 haben wir dann keine Umkehr gesehen und dann muss ich ganz ehrlich sagen, hat er mich auch ein bisschen überrascht. Also, so viel hätte ich ihm zum Dienstag nicht zugetraut. Also, auch im Tag selbst dann hätte ich nicht gedacht, dass er noch so tief kommt. Wir hatten zwar darüber gesprochen, dass die 4.15 und die 4.20 jetzt nicht mehr wichtig wird und eher das Gap hier bei 3.10, aber der ist ja nicht nur bis zum Gap gegangen, der ist ja noch weiter gegangen halt. Und das fand ich schon erstaunlich jetzt für den Dienstag, schon gewissermaßen ungewöhnlich, weil es ein gewisses Überpacen ist und dieses Überpacen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen unglücklich von ihm, weil es in den letzten Wochen eigentlich immer dazu geführt hat, dass er zu übermütig rangegangen ist und auf den Übermut dann am Folgetag halt aus einer eigentlich angefangenen Erholung halt immer wieder eine totale Umkehrworte. Und das fände ich jetzt schade, wenn er das jetzt wieder nur so macht, ja. Und zum Dienstag dann wieder alles, zum Mittwoch jetzt wieder alles nach oben hochläuft. Wäre einfach ein bisschen schade. Wir stehen ja ganz klar unter der Range raus, ne. Wir hatten darüber gesprochen, dass es per se erstmal noch eine Erholung ist und wenn der DAX wieder unter 5.80 verschwindet, der auch durchaus Potenzial hat, hier unter der Range nochmal weiter nach unten rauszuarbeiten, ne, dass wir ein tieferes Hoch hier in dem Punkt hatten, sprich da jetzt auch ein weiteres, ein tieferes Tief folgen kann. Aber ja, ich bin jetzt so ein bisschen geschwalten halt, ne, mit diesen langen roten Tageskerzen, hier so 400 Punkte Ausmaß nach unten. Das haben wir dieses Jahr zweimal gehabt und das ging halt auch immer wieder direkt nach oben dann am Folgetag. Von daher wäre ich jetzt hier zum Mittwoch ein bisschen vorsichtiger. Grundsätzlich kann man aber schon sagen, geht er weiter, geht er auch unter 2.60, unter 2.40, arbeitet er nach unten zum Start. So wie jetzt am, 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 am Dienstag auch. Dann kann man schon sagen, hat er ja hier auch noch ein paar Punkte, die er abarbeiten kann. Nämlich zum Beispiel das Gap zuzumachen, bei hier 15.1.15, 15.1.10, ne. Das wäre zum Beispiel noch ein Sport und konnte man auch von dort nochmal probieren aufzudrehen. Sollte ihm das gelingen und er hier ein höheres Tief jetzt bauen statt einem tieferen Tief, kann er sich schon nochmal ein bisschen Schwung hochholen. Und das kann im Rücklauf durchaus auch bis gut 480, 500 hier nochmal hochgehen an die rote Linie dran. Ne, und dann müsste von dort gucken, ob er nochmal einen Abschlag kriegt. Aber das sollte man, das sollte man hier ein bisschen aufpassen jetzt halt, ne. Weil einfach aus dem Grund, dass auf so einen roten Tag in der, in den letzten Monaten halt immer wieder gut gekontert wurde halt, ne. Dass immer wieder Sicherheitsmechanismen am Markt gegriffen haben und die tiefen Kurse zum Kauf genutzt haben. Ja, deswegen würde ich aufpassen, wenn grüne Stundenkurzen kommen. Aber, 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 wenn keine grünen Stundenkerzen kommen, dann muss man auf so einen Tag ihm auch Leine geben. Ja, also nichts von wegen, ähm, der muss doch jetzt drehen und, ähm, jetzt ist er weit genug gefallen und ich gehe jetzt einfach long. Ich warte jetzt eben nicht mehr ab, bis er, bis er sich schön auftritt, sondern ich gehe jetzt einfach long, weil er jetzt drehen muss. Sowas nicht machen halt, ne. Da, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, der, im Zweifel, wir haben da unten auch eine Pfeile drinne halt, ne. Die, die möglichen Ziele vorgeben, das ist nicht undenkbar. Ja, auch auf Tagesebene, 200-Tage-Linie sag ich da nur. Das ist alles nicht undenkbar. Ähm, sprich, bleibt er hier weiter rot auf Stress oder dreht uns, äh, Rückläufe einfach nach unten wieder um, ne. Packt da rote Stundenkerzen dahinter, dann sind das schon noch Short-Chance, ne. Das würde ich schon so sagen. Aber ich würde, wie gesagt, eben das Risiko oben für diese Kontern nicht außer Acht lassen. Ich würde jetzt nicht pauschal long gehen, das bitte nicht falsch verstehen halt, ne. Ähm, ich denke schon, dass er gut unten rausfallen kann. Aber wenn ich hier fette grüne Kerzen dann sehe, ähm, dann sollte man die halt auch nicht ignorieren zum Mittwoch. Na, einfach aus dem Lerneffekt der letzten Wochen, der letzten Monate. Ja, Rücklaufe an sich hätten wir, ja, eigentlich so richtig zentral steht bloß die 500, 460 raus. Äh, untergeordnet gäbe es noch ein paar kleinere, aber die sind auf der Zeiteinheit, auf der höheren Zeiteinheit hier nicht nennenswert. Also, so eine 550, 500, das wäre Stand hier Rücklauf. Alles, was höher geht, alles, was höher wie 600 geht, wäre ausgekontert, ja. Und in dem Moment, wenn er auskontert, ähm, würde er sich dann so eine zweite Welle nach oben aktivieren, beziehungsweise da dann schon drin stecken, ja. Und die hat von der Ausprägung her, ähm, 15.800 auf 15.700, ähm, 700 Punkte Platz. Das heißt, belässt das jetzt bei dem Tief, wäre das dann eine Bewegung bis wieder hoch in die Range rein, an die 49 ran, ne, von hier. Ja, das heißt, wenn er zu hoch kommt, genau hingucken in den Rückläufen, ähm, sollte man aber ein bisschen diesen Korridor, der dann entstehen kann, vor Augen haben, ne. Ähm, Aufwärtsbewegung, Korrekturbewegung, Aufwärtsbewegung, heißt, kommen hier lauter grüne Kerzen, er rennt über die, äh, die, die, die Dingskerzen rüber, dann gehen wir hier hin, ja. Ja, sehen wir weiter, rote Kerzen, Druck, ähm, flache Rückläufe, erneutes Abdrehen, dann darf man halt auch durchaus sowas hier in Betracht ziehen. In der 200-Taglinie ist schon noch so ein gewisser Magnet, eben auch auf Tagesebene, ne, von daher, ähm, negative Chartlage, wir sind unterhalb der, der Range. Und, ja, ich muss halt aufpassen, dass ich nicht so deutlich formuliere, halt, ne, das ist, dass uns die letzten Male immer mal wieder auf die Füße gefallen, einfach, nein, zu optimistisch da rangegangen ist, deswegen, äh, äh, versuche ich es etwas zurückhaltender zu formulieren. Ich denke, ihr merkt das auch an der Analyse, nochmal, habe ich an solchen Tagen nochmal anders reagiert und auch anders analysiert. Das könnt ihr, könnt ihr von ausgehen, dass das heute trotzdem so ist, aber, ähm, neutral sein ist wichtig. Das ist einfach wichtig, das hilft euch nichts, wenn ich hier volle, volle Hütte sage, ähm, äh, äh, voll in eine Richtung, und der macht am nächsten Tag in die andere Richtung und dann ist das Geschrei groß. Am besten auf beide Seiten einfach vorbereiten und, ähm, wenn hier noch Schwäsch drin bleibt, wenn die Erholungen, äh, drin sind, wir kommentieren ja sowas auch unter den Tag bei uns, äh, gibt es dann immer nochmal ein paar Updates, ähm, würde ich, den lassen wir unten weiter laufen halt, ne, also Platz hat er genug, ähm, ich würde halt bloß nicht außer Acht lassen, dieses Konter, Konterrisiko, ne, also das heißt, sehe ich lange fette grüne Kerzen, dann muss ich die beachten, sehe ich die nicht, ist alles okay, dann kann er weitermachen. Okay, Ziele sollten demzufolge klar sein auf der Unterseite, ähm, die haben sich auch jetzt nicht großartig verändert, ne, ähm, die bleiben so bestehen, ja, und, ähm, hoch zu, äh, einfach dem Bereich um 480, 500, das wäre jetzt eine realistische Anlaufstation, 55, und alles, was drüber geht, das wäre zu hoch einfach, das wäre zu hoch, und dann, glaube ich, wird es auch nichts mehr unten raus, dann, dann verbaut er sich, dann verbaut er sich das wirklich, wenn er jetzt von hier wieder hier hochdreht, dann verbaut er sich das komplett, und dann kann man wahrscheinlich hier in dem Bereich auch long gehen, mit Stop-Loss hier drunter, und dann halt oben rausfeuern, das Ding, also, von, von Wellen würde es zumindest passen halt, ne, dann hätte ich hier einen Aufwärts, dann wäre hier das, die, 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 die Korrektur zu Ende gewesen, hätte hier eine erste Welle, eine schön impulsive Welle gescharrt, hätte dann hier die Korrektur geschossen, und würde sich dann hier jetzt die, die nächste Aufwärts, Aufwärtswelle rausdrehen, die kommen kann, solange aber keine grünen Kerzen, keine fetten, markanten, langen, grünen Kerzen kommen, ähm, ist das für mich kein Long, ne, und das haben wir auch zum, zum Früh an, habe ich mich, habe ich schon versucht, die, ich versuche immer, die Leute so ein bisschen zu bremsen, dann, wenn ich sehe, die hauen in jede einzelne rote Kerze da, da long rein, obwohl der Markt markant rote Schwäche ist, dann versuche ich, die schon immer ein bisschen zu bremsen, bei uns im Chat, ne, wenn ich dann sage, wartet doch wenigstens eine grüne Kerze ab, bevor ihr long macht, ne, für wenigstens eine grüne, das hilft denen meistens schon, ähm, die nächsten zehn roten Kerzen, die kommen eben nicht mit long zu handeln, sondern dann vielleicht nur einmal, zweimal ausgestoppt zu werden, wenn man den Tag nicht richtig gedreht bekommt, halt, ne, ähm, das, und das war bei uns früh, früh im Chat hat man das schon richtig gemerkt, die erste Stunde, ähm, da waren alle nur long gegen, immer wieder, immer wieder long, 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 haben wir, glaube ich, zehn Long-Versuche drin stehen gehabt, ne, und das, immer, immer gegen die roten Kerzen, das ist halt, das ist halt einfach gefährlich, das, das hilft so nicht, ne, ähm, dann, dann ballert man den ganzen Tag hier 500, äh, 500 Longs rein, und der Tag fällt dann 400 Punkte, ohne irgendwie mal ansatzweise hochzukommen, und dann hat man die ganze Scheiße im Depot stehen und schleppt die ewig mit, und das ist Kacke, das ist halt echt Kacke dann halt, ne, weil irgendwann, irgendwann kommt der Oma nicht zurück, ne, also den, den Moment, der wird nicht mehr ein allzu langer ferner Rücken, wir sind schon viel zu lange in diesem Seitwärtsgeschacher drin, ne, viel zu lange in diesem Geschiebe, in diesem immer wieder zurückkommen, das ist ungewöhnlich für den Markt, ein Markt, der muss auch mal dann richtig, richtig Luft holen, richtig ausatmen, das ist sogar, der kann sogar auch nach oben ausatmen, richtig, na, aber so eine lange, bereinigende Trendbewegung, sowas fehlt ja einfach, seit Wochen, Monaten fehlt das, und deswegen sollte man da echt aufpassen, wenn man sich an solchen Tagen hier richtig Scheiße ins Depot holt, ne, macht der jetzt einen Abwärtsgap und Punch direkt weiter nach unten durch, dann kann sowas halt drücken, und wenn der dann hier unten steht, dann fühlt sich das auch scheiße an, wenn ich noch einen Long hier oben drin habe, ja, und deswegen gebe ich mir immer so viel Mühe, dass wenn man da unbedingt dagegen haut, wenigstens das Umkehrsignal abwartet, sich knapp drunter absichert, damit man an so einem Tag, wenn man den Longs gesucht hat, dann wenigstens vielleicht zwei, dreimal einfach nur ausgestoppt wurde, und nicht 20, 30 Trades dagegen gefeuert hat, und bei manchen geht es immer auf sowas hinaus, und das sollte man versuchen zu verhindern. Okay, also, wir lassen das jetzt hier so stehen, wir haben hier unten noch ein bisschen das Gap im Blick, wenn er eben weiter nach unten treibt, wir haben als Rücklaufbereiche definitiv untergeordnet, auch kleinere Zonen, ich würde aber trotzdem sagen, markant raus, geht hier in dem Nordenbereich um 4,80, oder sagen wir mal 4,60 bis 500, als auch dann hier diese kleine Zone um 5,50, und wir nehmen auch mit raus, wenn wir über die 6,30 arbeiten, jetzt, nach Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dass das dann ein bullisches Auskontern jeglicher Schwäche der letzten Tage ist, weil das, was der Markt jetzt hier versucht, ist die Abwärtsbewegung, die wir vom Verfall weggetragen bekommen haben, er versucht diese jetzt fortzusetzen, und drehen sie ihn da jetzt auf einem höheren Tief wieder hoch, dann ist das quasi ein Versagen der Bären, und dann dominieren wahrscheinlich die Bullen auch erstmal wieder ein paar Wochen halt, also, da würde ich wirklich aufpassen, wenn er sich hier wieder zu weit hochstellt, und wenn er wieder antreibt, dass man hier überall vorisch dann eben noch Shorts drin hatte, und der Markt spült einen raus, da würde ich wirklich aufpassen, wenn hier lange, fette, grüne Kerzen einfach kommen, ohne dass danach direkt wieder rot weggedreht wird, und der abkippt, da würde ich im Zweifel dann lieber erstmal zurückstellen, und nach dem Abkippen vielleicht neu eingreifen, aber das Risiko, dass er jetzt eben wieder nur das macht, was er die letzten Male macht, und wir können uns das im Tagesschart angucken, diese Tage, die so lang waren, wir erinnern uns zum Beispiel an diesen Tag, was da danach kam, wir haben im Januar so einen Tag schon mal gehabt, wenn ich da hier an den Tag denke, der hat auch ähnliche Ausprägungen gehabt, da ging es dann auch abwärtsgap, und wieder zurück, und wir hatten auch im Mai mal so einen Tag, hier, da gab es sogar direkt einen aufwärtsgap, und wieder alles zurück, dass die ganzen letzten, die ganzen fetten, roten, markanten Tage, wo ich dann immer euphorisch gesagt habe, Mensch, jetzt geht es zur 200-Tage-Linie, da ging es immer wieder zurück, und der ist von der Ausprägung sogar ein bisschen kleiner gewesen, wie die zwei, die hatten etwas mehr als 400-Punkte-Ausmaß, das waren jetzt hier nur knapp 380, glaube ich, 389 sogar, trotzdem keine 400, und deswegen, da einfach Vorsicht, wenn da jetzt wieder Grün kommt, außer einfach in der letzten Woche, drückt er weiter runter, hält er Stress drauf, dann darf man Short, dann darf man da auch noch weiter mitsuchen, und mitschwimmen, und auch wenn Erholungen wegdrehen, und so weiter, und so fort, aber wie gesagt, das Kontachrisiko aktuell noch nicht auslassen, weil wir sind noch nicht richtig wieder im Pfad, wir sind noch nicht richtig wieder, uns gelingt es momentan noch nicht, eine richtige Abwärtstrenddynamik aufzugreifen, das ist Fakt, weil jedes Mal, wenn wir nach unten anfangen, aufzufahren, wird immer wieder gekontert, das ist noch keine Trenddynamik, das ist noch nicht sowas, wie das, was man mal hier hat, nein, so einen Bewegungszug, oder auch mal hier hat, naja, das muss ja nicht in der Ausprägung sein, aber das ist eine ganz andere Trenddynamik, die haben wir noch nicht, die kann noch kommen, aber Stand jetzt ist sie noch nicht da, und wenn sie jetzt nicht kommt, und der nicht rot runter drückt, sondern nur anfängt, wieder grün auszukontert, dann würde ich erstmal damit rechnen, dass wir das eben fortsetzen. Ich hoffe, das ist soweit verständlich, auch wenn natürlich meine Lieblingszuschauer dennoch ihre Kommentare dazu machen dürfen, das wird nicht ausbleiben, aber ich habe mir viel Mühe gegeben, zu versuchen zu erklären, warum, wieso, weshalb, die Ziele sind klar, worauf wir achten sollten, warum wir darauf achten sollten, sollte klar sein, wo oben die Kante liegt, wo bis wohin nur ein Rücklauf ist, sollte klar sein, und ich denke damit, dürft ihr eigentlich gut durch den Mittwoch durchgeschwommen kommen, konzentriert euch einfach darauf, dass ihr das handelt, was ihr seht halt, das ist wichtig, nicht nur dagegen, das hilft einfach nicht halt, das hilft einfach nicht, immer nur dagegen hauen und so, nach dem Motto, das glaube ich jetzt nicht, dass das noch kommt, nee, da haue ich mal jetzt einen Trader gehen, man kann sich ja hinstehen und sagen, das glaube ich jetzt nicht, dass der noch weitermacht, aber dann halt nicht, also wenn ich jetzt, also auch wenn ich jetzt da stehe und sage, ich glaube nicht, dass der noch weiter fällt und ich sehe aber, der macht rote Kerzen, dann gehe ich da nicht lang, weil dann überrascht der ja sogar mich in der Erwartungshaltung und dann überrascht der auch andere und dann fällt der wahrscheinlich noch weiter, ne, das heißt aber auch nicht, dass ich deswegen da unbedingt noch short gehe, wenn das für mich das erwartete Spektrum ist und ich denke, der beruhigt sich in dem Bereich, dann warte ich eine Umkehr, eine Stabilisierung tatsächlich ab, dann begleite ich die vielleicht durch, lass das halt einfach sein, die Option mal nichts zu traden, die hat man jederzeit und das ist auch wichtig, glaube ich, für viele, das ein bisschen zu verinnerlichen, dass man nicht überall versuchen muss, dabei zu sein, die meisten verkrampfen, dann wollen unbedingt eine Strecke machen und am Endeffekt verlieren sie dann auf eine Strecke, die sie haben wollten, obwohl die Strecke tatsächlich gekommen ist, aber sie halt so verkrampft drin rumgefuchtet haben, dass sie halt wirklich nur Minus auf der Strecke kassiert haben und das, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Gut, okay, ich mache jetzt hier aus, schon viel zu viel geplappert, ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelegen, wir hören uns morgen, Tschüss. Tschüss.